Hallo liebe Veranstaltungspartner, willkommen bei Spacebase. Wir sind sehr begeistert vom Thema Meetings und Workshops, Events und wir wollen euch zeigen wieso. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass mehr und mehr Unternehmen in immer wieder gleichen langweiligen Meetingräumen tagen. Zum Beispiel Meetingräumen wie diesen hier. Und wie ist das Meeting? Produktiv? Und das ist der Klassiker, den wir bei vielen Unternehmen sehen, dass ganz einfache, normale, langweilige Locations genutzt werden, auch für wichtige Kreativitätsmeetings. Vier weiße Wände, keine Fenster, langweiliger Boden etc. Und wir mit Spacebase wollen das ändern. Wir haben uns zur Vision gesetzt, dass wir mit unseren Räumlichkeiten wirklich die Meetings und Events deutlich verbessern wollen, wirklich eine Experience schaffen wollen, die sowohl die Gäste als auch die Speaker dann wertschätten. Und wir machen das, indem wir sehr kreative, außergewöhnliche Räumlichkeiten finden mit Charakter und Atmosphäre. Räumlichkeiten wie zum Beispiel diesen hier. Also ihr kommt da an, Jan. Ries. Hi guys. So sehen produktive Meetings aus. Das ist ein Raum, der kann entweder zum Beispiel in einem Fotostudio sein oder in einem Loft oder in einem Startup-Office, wo halt eben wirklich viel Mühe da reingesteckt wird, diese Location. Und wir machen diese Locations online in Europa. Und das ist ein Trend, den wir bei vielen Unternehmen sehen und viele Unternehmen den auch wertschätzen. Und es sind nicht nur Startups oder junge Unternehmen, sondern es sind wirklich auch renommierte Spieler, die dann zu unseren Kunden werden. Firmen wie zum Beispiel Siemens oder Coca-Cola, Erfrischungsgetränke, aber auch Tech-Startups wie PayPal, die ganz nah am Zahn der Zeit sind. Oder aber kreative Agenturen wie zum Beispiel Jung von Matt. Und wie könnt ihr als Veranstaltungsplaner... Sorry. Ich hab noch keinen Text. Und weil ihr als Veranstaltungsplaner ja genau wisst, wie wichtig so eine Location auch für ein erfolgreiches Event ist, möchten wir gerne enger mit euch zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal eine Aussage über die Locations braucht, geht auf spacepace.com oder schreibt uns eine E-Mail mit euren Anforderungen und wir helfen euch gerne. Die Anfragen landen dann bei uns Captain My Future Day zu sehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns, euch kennenzulernen.